Beim Telefoninterview mit der Personalerin wurde ich, ohne je mit dem fachlich Verantwortlichen gesprochen zu haben, am Ende des Gesprächs zu meiner Gehaltsvorstellung gefragt. Unter dem Hinweis, man wolle niemandes Zeit vergeuden, sollte ich zu teuer für das Unternehmen sein. Ich habe versucht, mich damit zu retten, dass ich unter einem Betrag so und so nicht würde weiterreden wollen. Wie verbindlich ist diese Hausnummer für den weiteren Verlauf? Im Nachhinein stresst mich, dass ich quasi blind eine Zahl gesagt habe, die noch dazu um die 15.000 von meinem Zielgehalt abweicht. Im Grunde war es eine ganz miese, ausweglose Situation für mich. Wie geht das souveräner? Oha, ich kann mir vorstellen, wie du dich jetzt fühlst. Du haust dir wahrscheinlich selber morgens eine Ohrfeige runter, weil du sagst, warum ist mir das passiert? Passiert aber vielen. So, aber zu den konkreten Antworten. Wie verbindlich ist das, was du gesagt hast? Leider sehr. Und das ist auch wieder ganz klar, wenn man sich mal vorstellt, wie wäre es denn im umgekehrten Fall? Also angenommen, du hättest bei der Firma angerufen und gesagt, also ich interessiere mich für die Stelle, können sie mir sagen, was so ungefähr vorgesehen ist an Gehalt? Und dann sagen die dir, ja, so um die 80.000. Und dann denkst du, oh prima, machst deine Bewerbung fertig, schickst alles hin, fährst zu Gesprächen und später im Gespräch sagen sie dir, naja, ehrlich gesagt, das war vielleicht ein bisschen vorschnell von uns, wir können ihn vielleicht 60.000 zahlen. Dann würdest du denken, sag mal, was ist denn mit euch los? Habt ihr gedacht, ich habe meine Zeit gestohlen oder was? Ich habe euch doch extra gefragt, weil ich euch gesagt habe, ich möchte keine Zeit verschwenden. Ich möchte Gespräche mit Firmen führen, die bereit sind, für 80.000 mich einzustellen. Und jetzt sagt ihr mir, ihr wollt 60? Und dasselbe würde natürlich jetzt bei der Firma passieren, wenn du 15.000 hochgehst, würden die sagen, ja, aber wir haben sie doch gefragt. Und das ist von denen auch gar nicht mal böse gemeint, sondern das war wirklich so gedacht, die wollten Zeit sparen, dir und sich selber auch. Indem sie sagen, lassen sie uns das schnell klären und wenn das zueinander passt, dann lassen sie uns die Zeit investieren, alles andere abzuklopfen. Und von daher wirst du von der Zahl sehr, sehr schwer nur wieder wegkommen. So, und für die Zukunft, wie geht das souveräner? Das weißt du eigentlich schon. Denn du hast in deiner Frage selber geschrieben, dich ärgert, dass du von deinem Zielgehalt abgewichen bist. Das heißt, du kennst dein Zielgehalt und hast es aus irgendwelchen Gründen nicht gesagt. Und da ist natürlich eigentlich die Frage, warum ist dir das nicht über die Lippen gekommen in dem Augenblick? Warum konntest du in dem Moment nicht sagen, ich stelle mir so und so viel tausend Euro vor? Meistens ist es, dass man in dem Moment dann doch irgendwie Scham spürt, über Geld spricht man nicht, das hat was mit Selbstwert zu tun, was bin ich mir selbst wert? Und das ist tatsächlich etwas, was den allermeisten Menschen unglaublich schwerfällt. Und da gibt es eigentlich nur einen Trick. Wenn du dein Zielgehalt schon weißt, und das rate ich halt jedem, sich zu Beginn der Bewerbung Gedanken zu machen, was will ich eigentlich haben? Sonst wird man immer unzufrieden da rausgehen. Aber wenn du diese Zahl kennst, dann lerne, sobald du die Bewerbung abgeschickt hast, deinen Text, der an der Stelle kommt, wie ein Schauspieler. Denn ich garantiere dir, das nächste Mal wird wieder diese kleine Stimme auf deiner Schulter auftauchen und sagen, sei nicht so frech, sei nicht so gierig, sowas sagt man nicht, über Geld spricht man nicht. Und dann darfst du sagen, Moment, ich halte kurz den Schnabel zu und dann sagst du den Satz auf, den du seit Wochen Tag und Nacht geübt hast, nämlich, ich stelle mir ein Gehalt von Euro vor. Und gerade am Telefon sehen die ja nicht, ob du dabei gerade zitterst oder rot wirst oder sonst was. Und dann wirst du nie wieder davon abweichen, genau diese Zahl zu nennen, nämlich dein Zielgehalt.